Ich kann Mitarbeiter nur führen und klar messen über Statistiken. Über Zahlen, ja. Zahlen lügen nicht. Ist auch egal, wo an welcher Stelle. Es gibt aber noch einen großen Vorteil und ein großer Punkt, warum es so wichtig ist. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution Podcast-Folge. Und heute mit einem sehr spannenden Thema für all diejenigen, die vom Makler zum Unternehmer werden wollen oder bereits Unternehmer sind und deshalb natürlich auch mit Mitarbeitern zu tun haben. Top-Fehler, Top-Topf-Fehler Nummer 1, wenn man ein eigenes Unternehmen aufbauen und führen will. Und wen habe ich hier? Wer soll es anders sein? Leon Bosbach. Leon, wir reden über welches Thema? Kennzahlen, Statistik, KPIs, das Messen von Tätigkeiten. Genau. Also zahle erst mal. KPIs sind Key Performance Indicators. Und jetzt sagt vielleicht einer, ja und so weiter. Das ist ja oft so ein Ding, was als ganz selbstverständlich angenommen wird. Ist das wirklich so? Ja, doch. Also ich glaube, wenn wir über KPIs sprechen oder Kennzahlen, würde ja jeder sagen, ja, ist ja logisch. Ja, habe ich schon mal gehört. Ist ja normal, muss man ja darauf achten. Problem ist nur, die wenigsten machen es. Also ich habe es schon mal tatsächlich getestet und habe mal so in die Runde gefragt, in die Gruppe, okay, wer misst denn wirklich Dinge? Und dabei ist jetzt auch vollkommen egal, welche Maßnahme. Ob das jetzt im Marketing, in der Akquise der Fall ist, ob das im Sales, in Einkaufsgesprächen, in der Kundenqualifizierung, in der Vermarktung, Besichtigung. Also man kann ja für alles eine Statistik entwickeln. Absolut, ja. Das haben wir ja bei uns auch wirklich für jede Rolle, für jede Abteilung einzelne Statistiken. Selbst der Videograf kann eine Statistik haben, wenn du so willst. Absolut, ja. Oder der, der Fotos macht, ja, was auch immer. Genau. Ein ganz wichtiges Thema ist, wir fangen mal jetzt mal bei den Maklern, wir wollen ja immer sehr praxisnah sein. So, und bei den Maklern ist es ja so, dass ich zuallererst mal natürlich, wir fangen mal an bei so einfachen Dingen wie im Verkauf, ja. So Verkaufsstatistik, ja. Weil das Problem bei Statistik ist ja folgendes, oder nicht das Problem, sondern das Coole an Statistik. Ich habe es ja gerade, wir haben ja kurz vorher darüber gesprochen, das ist ja ungefähr so wie bei einem Vertrag. Ja, du, zwei Geschäftspartner, zwei Geschäftsleute unterhalten sich und besprechen alles Mögliche mündlich. Was passiert hinterher? Hinterher, wenn es nicht schriftlich festgehalten wird, wird diskutiert, oder? Ja, weil der Vertragsgegenstand letztendlich nicht klar ist. Ja, der Vertragsgegenstand ist, oder ja, das habe ich aber so nicht gesagt und so weiter. So, und wenn wir das jetzt mal auf Statistik beziehen, Maklerin oder Makler, Mitarbeiter macht einen bestimmten Job und letztendlich, ich kann Mitarbeiter nur führen und klar messen über Statistik. Über Zahlen, ja. Zahlen lügen nicht, ist auch egal wo an welcher Stelle. Es gibt aber noch einen großen Vorteil und großer Punkt, warum es so wichtig ist, weil wir haben das ja jetzt auch in den letzten Wochen öfters thematisiert, vor allem du, den Punkt, dass die meisten Makler, auch mit denen ich ja spreche aus meiner Erfahrung, immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr schnell nach einer Lösung für ihr Problem suchen. Ja, aber dabei oftmals die Ursache vernachlässigen, wo das Problem eigentlich herkommt. Exakt. Und mit einer Statistik kann ich die Ursache, vor allem den Zeitpunkt der Ursache, wann das war, relativ einfach bestimmen, wo es gekippt ist, wo irgendwas verändert worden ist. Genau. Absolut. Weil, wie gesagt, in Zahlen sieht man ja sofort Differenzen, Unterschiede. Ja, also lassen wir mal ein Beispiel nehmen. Also das heißt, du hast jetzt zum Beispiel ein, zwei Monate wirklich gut performt. Ja, du hast Objekte reingeholt, eine coole Einkaufstermine gehabt und du hast auf einmal mehrere Objekte. Ja. So. Und dann hast du auch zwei, drei Monate gut verkauft. Nehmen wir mal das letzte Jahr, 2022. Die Sonne schien hell erleuchtet und auf einmal ist das gekippt. Und der Punkt ist halt, dass wenn du Statistik machst, wenn du KPIs hast, dann siehst du, wie du es ja gerade gesagt hast, dann siehst du eben die Fehler viel, viel schneller anrollen. Nehmen wir mal jetzt das konkrete Beispiel. Der Makler hat Objekte eingekauft. Sagen wir mal vielleicht im Einkauf ein bisschen Lassie-Fair, ne, so Logo. Ne, bei der Wertermittlung, der Fehler, der eigentliche Fehler in der Ursache ist gar nicht so aufgefallen. Weil die Objekte sind einfacher zu verkaufen gewesen. Ja. Und jetzt kippt der Markt, Zinsen steigen an. Ja, und jetzt suchen die Leute nach der Lösung im Verkauf. Genau. Wie kann ich die Objekte besser präsentieren und was auch immer. Genau, dabei war der Fehler eigentlich schon lange existent. Ja, ja, genau. Der ist schon lange da, der ist halt eben nur nicht hochgeploppt. Ja, ja, genau. Jetzt ploppt der hoch. Alles ploppt irgendwann hoch. Ja, immer. Genau. Immer das, was du falsch machst, kommt halt irgendwann raus. Ja, ja. Das ist wie nur ein gedeckter Chef. 100 Prozent, 100 Prozent. Oder noch so eine Sache ist, in der einen Woche hat man zum Beispiel zehn Einkaufstermine gehabt. Ja, und man hat acht abgeschlossen, allein auf Träge. So, und jetzt hat man positive Energie. Ja, fühlt sich super, selbstverständlich. Kann man auch in dem Moment. Das ist natürlich eine gute Quote. und jetzt probiert man, das noch besser zu machen, Dinge zu optimieren. Und nächste Woche habe ich wieder zehn Einkaufstermine, habe aber nur fünf Abschlüsse. Und das ist ja ein perfektes Beispiel für das Thema Statistik. Zahlen, wo man sofort die Unterschiede sieht. Zehn Termine, fünf Abschlüsse, zu zehn, zu acht. Ist natürlich was anderes. Aber jetzt gehe ich ja hin, also der normale Sterbliche, und sagt, okay, ich habe ja optimiert. Ich habe ja was optimiert. Ohne dabei darüber nachzudenken, dass es vielleicht auch daran gelegen haben könnte, weil es Dinge verschlechtert hat und nicht optimiert hat. So, und genau in diesen Momenten macht es halt Sinn, wenn ich Zahlen habe, wo ich genau erkenne, weil manchmal verläuft das ja ineinander. Manchmal siehst du ja diese klaren Cuts gar nicht mehr richtig. Ja, durch Zahlen schon. Ja, und vor allen Dingen natürlich, du kennst es ja von dir oder von uns selber, du änderst, optimieren, ändern, irgendetwas verändern. Ja, ja. Völlig wurscht, was das ist. Und da gibt es übrigens ein cooles Bindeglied an der Stelle, ist ein Logbuch zum Beispiel. Ja, also wir nennen das ja Logbuch. Das heißt also, welche Änderung wurde denn wann von wem in welchem Bereich gemacht? Wenn du das nicht hast, wenn du so ein Logbuch nicht hast, und das haben wir seit Jahren schon, ja, wenn du sowas nicht hast, wie würdest du denn jemals rausfinden, wann hast du denn wie, was, wo, von wem oder warum, weshalb, wieso verändert, ja? Und das ist halt, die Leute checken gar nicht nachher, wo ist eigentlich was wirklich, wo ist der Sackreiß umgefallen? Ja, das ist aber wie gesagt jetzt ja eher auf der Fehlerebene, ne, Statistik. Der andere Punkt, den hast du ja im Intro angesprochen, ist jetzt das Thema Mitarbeiterführung, ja? Weil, ich meine, jeder Mensch neigt dazu, da kann sich auch keiner von freisprechen, dass natürlich, man ist sich sympathisch, man versteht sich gut und dann eben nicht mehr genau hinzuschauen, ja, liefert die Person denn wirklich, ne, in Form von Zahlen, liefert die Person? Oder zumindest zeigt sie eine Entwicklung in irgendeiner Art und Weise im positiven Sinne, ja? Management by Friendship. Ja, genau richtig. Management by Friends, ja, wir sind ja Friends, ja, und Friends for Troutman, ja? Das ist da Bullshit, ja, das funktioniert halt einfach nicht, ne? So, wir haben ja, wir können das ja so jetzt mal von uns sagen, guck mal, wir Papa, Sohn, ja, oder Vater und Sohn, so, natürlich ist das eben eine besondere Herausforderung. Auf jeden Fall. Ja, das ist einfach so. 100 Prozent. Und jetzt ist aber so, jetzt komme ich zu dir und sage, ja komm, ey, so geht aber jetzt nicht hier, ne, und so weiter. Nur sowas passiert automatisch, man fühlt sich angegriffen. Ja, also ich sage mal so, wenn wir aufeinander treffen, dann knallt es halt auch schon mal, ne? Das sind dann auch schon mal, sag ich mal, härtere Momente. Aber am Ende, also ich glaube, kein Familienunternehmen kann sich davon freisprechen. Also ich verfolge ja selber so ein paar. Aber jetzt überleg mal, wie haben wir es denn gelöst? Und ich glaube, wir haben es sehr smart, sehr smart und clever gelöst. Also man muss auf jeden Fall erstmal damit klarkommen, dass jeder so ist, wie er ist. Das ist schon mal der erste Punkt. Und das ist eben, wenn man bestimmte Muster eben schon sein Leben lang kennt, ja, aus der Kindheit etc. pp., dann ist das natürlich teilweise eine Situation, die schwer zu ertragen ist manchmal in dem Moment, ja? Ist schon so. Was meinst du denn jetzt? Ja, weil man weiß halt direkt, was für eine Reaktion der andere gibt. Man kennt das ganze Spiel in allen Formen und Variationen. Und da ist es halt wirklich mal wichtig, dass man sich hinsetzt und erstmal darüber spricht oder überhaupt erstmal eine Entscheidung trifft. Und den Moment gab es bei uns auf jeden Fall. Eine Entscheidung zu treffen, wo man sagt, ey, kann ich überhaupt damit leben, dass die Person so ist, wie sie ist? Ja, genau. Also die Art und Weise, ne? So scheiße ist. Also die, genau. So, ne? So, die Art und Weise, so ist, wie sie ist, ohne zu sagen, ich will das Ganze nicht mehr. Genau. Oder zu drohen, ne? So, ja, wenn ich sage nochmal, dann bin ich aber weg, ne? Genau. Dann gehe ich aber, ja? Oder was auch immer, ja? Genau. Und die Entscheidung haben wir sehr früh getroffen. Ja, ja. Also sehr weit am Anfang. Dass wir gesagt haben, okay, wir gehen das nur unter dieser Voraussetzung ein. Genau. Ne? Das ist schon mal. Genau. Wir müssen ja, das ist übrigens auch ganz interessant, ja? Dass natürlich Reaktionen kommen, ja? Egal ja auch bei Mitarbeitern, da wehrt sich mal einer gegen zum Beispiel eine Statistik oder eben das Einführen von Kennzahlen, ne? Vor allen Dingen dann, wenn man das vorher nie gemacht hat und das auf einmal dann einführt. Das ist ungefähr so, wie wenn du halt ein Kind alles erlaubt hast und auf einmal sagst du, ja, pass mal auf, Schokolade gibt es aber jetzt nur noch einmal die Woche. Ja, ja. Ne? So. Also das ist halt schon nicht ganz einfach, ne? Aber du hast es richtig gesagt, man muss wirklich, also jetzt gerade auch auf Familienebene, muss man bereit sein, die Art und Weise des anderen zu akzeptieren. Weil das Ganze, das haben wir ja auch gehabt, das ist nach dem Motto, ja, wenn das aber jetzt nicht läuft, dann passiert aber das oder jenes, dann geht dann diese, ich nenne es mal Droherei los, ja, und dann hat man, das macht auch keinen Sinn, ne? Also du musst einfach damit umgehen können, ja? Und dich dann, ich würde nicht mal sagen, arrangieren, das ist ja Quatsch, ne? Weil du weißt ja auch, ich habe ja meinen klaren Plan und da lasse ich mich auch nicht so schnell von abbringen. Genau, so ist es ja bei mir auch. Genau, und so ist es dann eben beim anderen auch. Das ist ja auch sogar das Schwierige, dass wir uns ja sehr ähnlich, dass wir uns ja sehr ähnlich sind von der Art und Weise. Was in dem Falle schon, es war auch lustig, weil das war ein Thema bei unserem letzten Event jetzt, letzte Woche mit unseren Unternehmerkunden, wo das Thema kam, zwei Magneten, die sich dann abstoßen gegenseitig und teilweise ist das schon, kommt das vor, aber lösen tun wir es sehr smart. Es ist doch immer weniger, oder? Es wird immer weniger. Also es ist doch immer entspannter und gechillter. Aber jetzt trotzdem nochmal zurück zu den Kennzahlen. Also wir haben es ja tatsächlich hier bei uns echt smart gelöst, dass das super funktioniert. Also wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ich eigentlich gar nicht viel tun muss. Ja. Warum ist das so? Aus meiner Perspektive ist, weil dadurch, dass… Ich habe natürlich auch einen sehr schlauen Move gemacht, muss ich zugeben. Dadurch, dass wir das machen, sind die Meetings auch viel einfacher geworden. Weil, ich meine, wenn man so mehrere Mitarbeiter dann auch hat an einem gewissen Punkt, dann hat natürlich auch jeder irgendwie so seinen Kopf, seine Gedanken und so weiter, ganz klar. Wenn wir wollen, ist das Meeting in 15 Minuten abgeschlossen. Absolut, ja. Ja, weil jeder zeigt die Statistik der letzten Woche. Wenn irgendwo Einbrüche sind, dann gehen wir auf Fehlersuche, aber eben auf Abteilungsebene nicht so, dass alle aufgehalten werden. Und fuchsieren uns wirklich im Kern der Sache auf die Statistiken. Ja, und andere Sachen, strategische Impulse etc. in solchen Meetings, die werden dann anderweitig gelöst. Aber im Kern der Sache geht es um Statistiken. Und das macht das Ganze extrem gut kontrollierbar. Und was ist das Ergebnis daraus von deiner Wahrnehmung? Also ganz klar hoch. Also eigentlich permanent, ja. Permanent hoch. Also natürlich kannst du mal einen Knick geben, aber… Ja, das ist dynamisch. Ja. Also auf Wochenebene kannst du natürlich immer mal wieder kleine Änderungen geben, kleine Schwankungen. Das ist normal. Aber wenn du jetzt die ganzen Zeitzyklus nimmst, geht es hoch. Genau, also man kann also im Prinzip festhalten, ja, um das mal kurz zusammenzufassen. Also auf Maklerebene gibt es natürlich die Akquise, also Einkauf bzw. Objektakquise und Einkauf. Also Marketing und so weiter, die Statistik. Also das heißt im Endeffekt, was kostet uns ein Lead, was kostet uns ein Kunde am Ende des Tages, ja, damit ich daraus natürlich wieder die richtigen Dinge ableiten kann. Aber natürlich auch wieder in der Schritt tiefer die Statistik natürlich, was macht der einzelne Mitarbeiter, ja. Also wie viele Werbeaktionen startet der, ne, was wird an Outflow gemacht. Ja. Einkauf, genau, klar, ne, wie viele EK-Gespräche, das ist total easy, ne, wie viele Einkaufsgespräche, wie viele Bewertungen werden gemacht, wie viele EK2, wie viele Alleinaufträge werden gemacht und so weiter. Auf Verkaufsebene eigentlich genau das Gleiche, ne, also das heißt, auch da werden ganz klare Statistikpunkte festgelegt. Das gibt es fürs Management, das gibt es für Finanzen, das gibt es für jeden Geschäftsbereich, ganz, ganz sauber strukturiert. Wenn es halt nicht so klar definierbar ist, wie jetzt im Sales beispielsweise, wo ja ganz klar ist, du hast so und so viele Termine, so und so viele Abschlüsse, da musst du halt selber diese Indikatoren festlegen, ne, die für dich persönlich relevant sind auf der Rolle. Genau, so und das Ergebnis ist, wenn man es nicht macht, das Ergebnis, wenn man es nicht macht, ist, im Prinzip kann man sagen, Unkontrollierbar. Genau. Du weißt nicht genau, wo sind die Wachstumshebel, du kannst keine Fehler mehr finden, du weißt nicht, woran du Mitarbeiter messen sollst. Und du hast auch keine Statistik fürs Marketing, ne, weil wenn du jetzt ja zum Beispiel hingehst und sagst, wir haben im letzten Jahr 75 Immobilien verkauft, davon haben wir 95 Prozent innerhalb von 18 Tagen vermarktet. Auch das ist ja Statistik, was du wieder in Marketing super genial ausweisen kannst. Ja, oder auf der anderen Ebene jetzt bei uns, ich meine, wir messen ja wirklich alles, ja, auch vor allen Dingen unser Marketing first touch, ne, also der erste Punkt zum Beispiel, dann, ne, was war denn so der auslösende Punkt dann, ne, also da wird alles gemessen, wir kennen genau die Zahlen, wir wissen, was uns Marketingkampagnen kostet und so weiter. Und das wiederum, ist ja auch spannend, führt ja dann auch den Makler wieder dazu, dass er, wie nennen wir es mal so, ein datengetriebener Superheld. Du hast es, glaube ich, mal gesagt, dem Begriff, ne? Ich weiß es nicht. Irgendwo haben wir es mal her. Irgendwo gehört. Auf jeden Fall, die Grundlage sind Daten. Genau, die Daten. Ja, in jeglicher Richtung. Intern wie extern, Marketing wie Mitarbeiter. Und wer das nicht macht, kann kein solides Unternehmen aufbauen. Und wer das macht, der hat ein kontrollierbares und vor allen Dingen... Und wird seiner Konkurrenz auf jeden Fall immer voraus sein. Immer. Immer. Immer, immer, immer. So, mach jetzt bitte das Outro, weil ich habe jetzt einen Call. Genau, wir haben jetzt einen Call und in diesem Sinne, cooles Video, beziehungsweise cooler Podcast. Und wenn der dir gefallen hat, auf jeden Fall schreib gerne mal hier in die Kommentare, ob gefallen oder nicht, egal. Sondern zu dem Thema, machst du Statistik, Kennzahlen etc. Und abonniere auf jeden Fall hier unseren Kanal, damit du keinen Podcast und kein Video mehr verpasst. Dreimal Content pro Woche. Wir ziehen das hier gnadenlos für euch durch. Und in der Infobox kannst du dein kostenfreies Gespräch, Beratungsgespräch buchen, damit du dein Immobilienmakler-Business aufs nächste Level hebst. Damit helft ihr auch meiner Statistik positiv. Genau. Und auch seine Statistik geht nach oben. In diesem Sinne, macht's gut, alle Widerci und folgt uns auf den sozialen Medien TikTok, Instagram und Facebook, LinkedIn und wo auch sonst noch. Alles Gute da draußen, viel Erfolg und fette Beute. Du bist da draußen, viel objetivo. Du bist da draußen, viel nueva